Stabermann, acht Filialen im Osnabrücker Land und Münster. Unsere Profis rund ums Grün beraten sie vor Ort, auch in ihrem Garten. Kommen sie jetzt vorbei und vereinbaren einen Termin. Ja, wir wissen natürlich, was auf uns zukommt. Wir haben ein Heimspiel, wir wollen das Heimspiel mit aller Macht gewinnen. Wie gesagt, wir wissen aber auch, dass eine richtig gute Drittligamannschaft auf uns zukommt, die wir dann auch mal wieder nicht irgendwie Richtung Tabellenplatz messen. Auch wenn sie Elfter sind, sind sie irgendwie nur drei Punkte weg. Es ist eine Mannschaft, die viele Tore bisher nach Standards geschossen hat, die sehr gefährlich auch ist nach Flanken aus dem Halbfeld. Diese gilt es natürlich dann zu verhindern und auch in der Box gut zu verteidigen. Ich glaube, eine sehr physische Mannschaft. Im Großen und Ganzen fokussieren wir uns eigentlich dann auch auf uns. Videoanalysen werden dann noch kommen und so werden wir uns dann dementsprechend auch vorbereiten. Wenn wir geduldig sind, wenn wir Ruhe am Ball haben, wenn wir gut in Ballbesitz strukturiert sind. Das sind alles Dinge, auf die es ankommt. Wir müssen sehr, sehr präsent und sehr, sehr, sehr gut bei Standards a verteidigen und b dann auch natürlich unsere Chance in diesen Phasen suchen. Wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen zwei Tore nach Ecken gemacht und sind da auch auf einem ordentlichen Weg. Und dementsprechend wird es ein Spiel sein, wo uns alles abverlangt wird, wo wir eine Top-Leistung abliefern müssen. Das wissen wir auch, weil es eine richtig gute Mannschaft ist. Es ist eine ähnliche Partie wie in Duisburg auch, vielen Fans und viel Unterstützung natürlich. Ja, flutlich halt, ist auch schon was Geiles und ja, dass wir einfach gucken, dass wir unser Spiel fortsetzen und dass wir die Fans mitnehmen und ein gutes Spiel abliefern. Wenn man gewinnt, dann schaut man auf den Samstag ein bisschen einfacher. Das war diese Woche auch so. Ja, aber ich glaube, man darf da nicht zu viel auf die Tabelle schauen, weil irgendwie vor zwei, drei Spieltagen bist du einmal nach einer Niederlage siebter. Jetzt bist du wieder dritter gewesen, dann vierter. Also im Moment ist es noch so eng, da darf man gar nicht so viel drauf schauen. Nichts Schöneres als ein Sieg und dann jetzt auch nach so einer kleinen Niederlagenserie war es dann auch mal wieder wichtig, auch fürs eigene Gefühl, dann mal wieder drei Punkte zu entführen. Gute Stimmung hatten wir dann wieder im Bus und dann ist mal wieder locker ein bisschen drauf. Sön Bertram wird heute dann wieder das volle Mannschaftstraining mitmachen, hat seit Montag auch Teile absolviert, sehr, sehr gut gearbeitet, ohne Probleme, ohne Schmerzen auf dem Trainingsplatz gewesen. Und Luis Sprekelmeyer wird auch dann wieder Teile des Trainings absolvieren. Also ist bei beiden eine sehr, sehr gute Tendenz dann auch drin, ob es für Freitag dann reicht oder Sinn macht. Das werden wir dann sicherlich auch erst am Freitag final bewerten können. Ja, wir freuen uns auf das Spiel und wie gesagt sind sehr, sehr gut vorbereitet. Ja, wir freuen uns auf das Spiel und wie gesagt sind sehr, sehr gut.